Herzlich Willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich wieder alles um den Lippenaufbau. Natürlich, das ist unserer Patientin sehr wichtig, dass die Schönheit ihrer Lippen nur etwas unterstrichen wird und dass man sie auf jeden Fall nicht darauf anspricht, dass ihre Lippen sozusagen gemacht oder aufgefüllt aussehen. Hier können wir einmal eine schöne Studie betrachten, denn das Durchschnittsalter eines Lippenaufbaus beziehungsweise einer Lippenkorrektur liegt, wie man hier schön sehen kann, bei 37, 38 Jahre. Und hier geht es einmal weiter mit der Behandlung. Hier haben wir einmal Hyaluron-Säure unterspritzt und zwar natürlich nur vom Markthörer. Das ist natürlich ganz wichtig, um die Qualität auch zu halten. Im Anschluss bekommt unsere Patientin noch einen Behandlungspass mit allen Daten zu ihrer Behandlung und ich denke, damit können wir uns zufrieden verabschieden. Bis zum nächsten Mal.